Okay, Richtung Ebenberg. Mit den üblichen Haltepunkten. Ebenberg. Mit den üblichen Haltepunkten. Das war's. Kannst du ja schön laufen lassen, ne? Ich komme auch heute mit den Schienermessern zurecht, sovielweise. Wieso? Ja, die haben in den ersten beiden Tagen so viel gekantet und weggezogen. Also Peter, ich komme heute besser mit den Dinger zurecht als die ersten beiden Tage. Lass dich jetzt auch so, wenn ich dann nämlich in Ischglan hinterher Eis habe, dann lassen wir die Kanten über so. Dann werde ich sowieso nochmal einen Service vorher machen. Lederstrom. Trapp, trapp der Trapper. Das gibt das, äh, Trapper. Ich glaube, Amelie ist wieder vorgeflogen. Ja, Amelie ist einfach freistisch. Ja, ja. Ja, ja. 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 Es geht auch mal, es geht auch mal. Ja. Ja, wir haben mal. Untertitelung des ZDF, 2020